Wie's leveled ist? Keine Ahnung Ich muss gerade wenig die Wurzeln machen Ja, ich bräuchte einen Fuff Hm, jetzt parallel baffst du? Nee, das wollte ich jetzt nicht brauchen Fragen wir lieber mal einen Chat Ja, ich glaube ich habe den Fassel Ja, ich wollte jetzt erstmal gucken was ich brauche Ich wollte jetzt erstmal gucken was ich brauche Oh, oh 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 Das dauert mir ein wenig lange muss ich sagen Aber das hat mit 800 Ja Ja, mit 800 KDMWs Bisschen abzuwerfen Bis sogar noch dauert Das ist ja immerhin ein 75er Stein und kein 60er Ob es von mir gemeldet wird SD 2 SD 2 Okay, ich glaube den noch fertig Das beweist, dass ich es schaffe Ne Was ist denn schon Ja, ich guck den schon dauern Und jetzt muss ich es Ich guck den Oh 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 Ja 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 Da muss doch mal was hier vorwärts gehen Mensch Ja 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 Weil in einem anderen Etwas verbessern So, jetzt kann man switchen. Und jetzt möchte ich hier noch Krippeln durchbauen. Nein, ich muss hier noch so ein Speedport besorgen zum Schlagen. Oh, 23. Okay, das ist schon fett. Es gibt doch ordentlich Angst. Es geht ganz gut. Durchspawn? Ah, das ist ein Kripp. Durchspawn? 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 Boah, ja. So. Boah. Mega Trop. Ach, ist eingefallen. Best hab ich ja nicht genutzt. Ich dusel. Na, es ist lohnt sich. Sondern es hier auf der Schiene ein bisschen weitermachen. Wenn man solche Trops erwarten kann. Da hatte der doch ja nicht ganz Unrecht und er sagt erst ja, er macht erst PVM und dann PVP. Das lohnt sich. Auf jeden Fall. Na, hier war ich eben. Muss ich hier Schlangenlinien laufen. So. Ey, ich wollte noch mitteilen. Ich hab letztens so ein Video über einen Chip gesehen, der so einen Bot vorgestellt hat. So einen, ja, für MT2, das halt botten kann. Das ist so ein Cheat. Ein Hack. Und, ähm. Oh. Das ist doch ein 80er. Ja. Und, auf jeden Fall, ist halt, hat der das halt so dargestellt, als wie wenn man alles über Nacht laufen lässt und dann Level 99 ist. Und, ich finde halt erstens, das ist scheiße. Es ist, ich möchte jetzt in den Sport oder in den Sport gekommen, aber es ist einfach ne. Dann ist das Spiel langweilig und es ist da besonders. Also, nur außerdem wird man eher, also, würde ich davon abkarten. Mir wäre mein Account zu schade. Wenn ich da mal über Level 40 bin, um sowas auszukündigen, macht mir ein sehr gut. Wenn es der halt am nächsten Tag nützt, was weiß ich, durchgebotet hat. Und man muss auch sehen, dass es anders, also, dass es die Welt stellt worden ist, wenn man jetzt machen müsste, aber man muss auch die Levelplätze wechseln und die Quick bereitstellen so, ich klappe da noch was. Ist ja ganz günstig. Oder auch nicht. Ja, jetzt klappe ich immer fleißig weiter. Ja, ich könnte hier einfach weiter zu gehen. Ja, ich könnte hier einfach ganz schön. Ja. 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 . Auch. Ja. Auch. Vielen Dank.